Haha, das ist ein bisschen stärker jetzt als... Ja, die Galaxy jetzt von denen... What the fuck? Ich hab schon seit 10 Minuten keine Granaten mehr! Boah, ich krieg den nicht... Warte, ich würde... Leu, warum würde ich jetzt von dem gekippen? Pfff... Ja, Alter... Fuck... Hä? Hä, wieso können die mich durch den Schutzschild... What? Oh, wir verlieren... Eastern Way Station... Ja, rüber... Geh mal rüber... Erstmal... Mal... Hack gekillt worden... Einfach mal durch das Schutzschild durch... Wahrscheinlich... Mach ich auch mal... Oh mein Gott... Mein Gott... Na... Da ist ne Max... Ah, brauchst du nicht hin... Ja, und ne Technik... Technik hab ich gewollt... Aber unser Max stirbt auch rein... Aber unser Max ist besser einfach... Echt? Ja, unser Max sind die Besten... Haben sie jetzt wieder was geändert? Ne, das war schon immer so... Alter... Alter... War die Max grad richtig scheiße bei denen... Alter... Ich lauf ja die ganze Zeit rechts links... Und triff mich einfach nicht... Kill Assists hab ich gekriegt... Das war nicht was wir gegrillt haben... Aber irgendwas hab ich assistiert... Nur zwei Max ist am A-Punkt... Holt ihr mich am Arsch... Ja... Ja... Aber eine ist richtig scheiße... Pfff... Sind trotzdem zwei... Ja, oder... Ich seh... Aber er hat mich auch... Der hat ne OP-Waffe... Was hat er denn? Inni Elite... Haja... Die kriegen wir nicht... Den Typen zumindest nicht... Okay... Borgi... Ne, den kriegen wir nicht... Ohm... Wie wärs mit... Jetzt wird Tag... War noch... Mir angegriffen... Na gut... Dann gehen wir rüber... Weil das ewigste... Das kriegen sie... Das kriegen sie nicht... Ja, mir kriegen sie nicht... Das haben wir ebenso blutig verteidigt... Da hab ich so gut Punkte gemacht... Da holen wir noch mal ran... Dann machen wir es noch mal weg... Dann holen wir sie weg die Wichse... Ja eben... Ich schau auf die Welt eh... Ich schau auf die Welt eh... Wenn wir rankommen... Machen wir sie weg... Das ist... Spawn Beacon... Ja... Und wurde schon gespottet... Spawn Beacon ist weg... Und einer ist auch weg... Oh... Wieder die Level 100er... Die 6... Zergs... Oder wie soll er heißen... 6 Zergs... 6 weg... Wow... Infinity... 6倒Up... 6 dividing... Was... Faktik... Die ist voller langer Name ist Eben! Können wir mit... Oli... Orbital... Dependence... Keine Ahnung was da was bedeutet... Oli... Orli... Beste... da schießen wir nicht alle oder im eck hockt ein oder was die hände richtig gut zugekämpft ich weiß du das ja ein schuss nappern alter und ihr bulldog alter nehmen wir den mossi einfallen wir können wir uns so hat wir können diese hinsen wir sparen wiegen gesetzt richtig setzten ansatz von bäden muss haben endlich er wird noch scheiße das bäden ist weg und die stimme nach das haben wir wieder abboni mir unser bäst die könnte das machen was er wollte halt die klatschen wenn man normal sagen das ist die schlägen die wixer what the fuck ja da liegt marcus ich werde hier geholt oder kommen oder kommt was kommt da vielleicht vielleicht hat sich geflippt hier bei mir und sander waren sie auch da bei den schwestern oder erst angesprochen hat uns wieder mit einem neuen sander durch genau sehen hat ja am sport gleich über uns einfach einsparen ein packing hat sogar zwei jetzt ich renne voll in den sander auch rein hallo ist der tatsache den rechten sonderer stellen ein bell ist dann die sowieso aussieht ich muss ich nachfüllen ich habe herrscher zerstört ich komme nicht mehr ran mehr fahrt weg er hat weg ich kümmere mich auf die um die berge hackt einmal das terminal wieder müssen die spieler machen bei dir noch ja was auch für ein spion und so irgendwas ist hier oben noch ein habe ich getötet habe ich noch eingesehen hier oben irgendwo das ist das sand aber das ist ein gen ja lassen 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 kommen jetzt schon mit bist du da warte 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 oh ich hab von den abgebilder ich bin tot scheiße scheiße ich habe 2 zu 4 drauf aber er hat nicht gepackt hat nicht gereicht aber die haben jetzt richtig arg gefickt ja das ist übler wird bis mir da rankommen dauert ein bisschen man muss ja scheiße rein voll in meine granate was ach Gott wo kam jetzt er plötzlich da und er war plötzlich da oh ja ist klar Wtf 100er Das ist ein bisschen stärker jetzt Die Galaxie jetzt von denen Die jetzt wollen sie es wissen Ja komm, wenn jemand versucht zu helfen, uns zu attacken Das ist die Galaxie da hinten Ich glaube Die Unterstützung wird er geprägt Ah Jungs, hat eine Granate gekriegt Ja, also gut, außen rumlaufen ist auch nicht, ne? Drei Sanderer draußen Ach ja, komm Ist klar Aber ich würde sagen, dass die 30 Minuten, äh, wir haben noch eine Minute Eine Minute, eine Minute haben wir noch Und dann mache ich aber hier Cut Ich geh ins Bett Okay, also die Mottetüche Ich kann mal nachschieben, Alter Aber hart in den Arsch Mega hart in den Arsch Ich weiß Oh, weiss. Gut, Leute. Sollen wir es sagen? Beabwieben wir uns mit einem ordentlichen Knall. Gucken wir mal kurz rein und dann hauen wir in den Sack. Ja, ich werde jetzt schon beschossen. Das war's, Leute. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht ist auch Sven wieder dabei. Mühe, sieh das denn draus. Und tschüss. Dööö. Outro